Es gibt viele Waldfunktionen, die Nutz-, Schutz- und die Erholungsfunktionen. Tatsächlich profitiert ein Waldbesitzer finanziell, aber ausschließlich von der Holznutzung, also von der Nutzungsfunktion des Waldes. Über 90% seiner Einnahmen muss er daraus erzielen, während die anderen Funktionen, die der Wald bereitstellt, den Waldbesitzer meist finanziell eher belasten. Bei der Holzernte werden die zur Ernte vorgesehenen Bäume ausgewählt, geerntet und das dickere Holz wird an Sägewerke, das dünnere als sogenanntes Industrieholz oder auch als Brennholz verkauft.